Zeige ich jetzt bereit neue Fähigkeiten zu lernen. 17.000 Wir müssen einfach Money sch... äh... Schäffeln. Ich brauche Geld. Ich brauche Geld. Kokain für Waffen. Aber natürlich haben wir jetzt eben wieder niemanden... niemanden denn wieder einstellen können. Für den müssen wir 12.000 zahlen. Gut, ich könnte natürlich theoretisch einen Kredit annehmen. Zurückgezahlt in vier Tagen. 25.000 pro Tag. Aber das wird mich voll ins Minus reißen. 30.000 pro Tag. 30.000 pro Tag. 31.000 Das könnte ich natürlich versuchen mit... 2 Personen. Let's knock them on their asses! Ich stehe auf, Männchen. Ich meine, wir brechen bloß irgendwo ein. Sollte gehen. Es ist niemand da, es ist dunkel. Vielleicht zwei, drei Wachen, die man einschüchten muss. Sollte machbar sein. Sollte gehen mit Gutes. Excellent targets for a raid. Be mindful of the nightguards and cameras. Surveillance camera. Stupid fucking guard here. In fucking sight. You are in. Excellent. Now the challenge. Find the goods. Search the boxes. See you guys. Sorry. You should have refrain from eliminating that guard. Panik. Sorry, wollte ich nicht. Ich hab Panik bekommen. Kann ich dich irgendwo entsorgen? Er hat sich so plötzlich umgedreht. Wir haben ein Problem. Leute, wir haben ein Problem. Warte. Ich wollte ihn ja einschüchtern, aber ich hab vergessen, dass man die Waffe dafür vorne haben muss. Du kannst von mir aus hier liegen bleiben. Das ist gut. Oh shit, did I lock the door this morning? Fuck, I think I did. Can I? Wait, before I go in, I want to go out and see if all of them are gone. Let's see. Don't miss anything. Don't miss anything. Let's go in and do it. Seriously? Don't miss anything. If you search every container, you're certain to find something worth the effort. Don't miss anything. 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 Sie haben Probleme? Das ist gut, wir sind fertig. Bist du sicher? Ja, aber es ist nicht wirklich genug. Nein! Fuck! Ist das so scheiß ernst? Komm her, Reini! Aggressiv approach is needed, make them run. All teams advise caution, the area is still hot, pull back. You have a window, finish up. Your ears are ringing, you're doing it right. Wow, that was some crazy shit. Sounds don't mean a fucking thing. Okay. I believe she is half full. Oh hell! Ernsthaft? Keine Muni mehr? Specialist vehicle landing in your location. Ich habe ein scheiß Problem! Ich habe ein scheiß Problem! Wir müssen abhauen! Das war ein komplettes Fiasco. Aber zumindest bist du noch immer operativ. Junge! Ach, kommen! Ja, besser ist gar nichts. Alter, das Spiel! Ich bin so schlecht darin! Ich bin so schlecht darin! Fuck this! Ich bin getrunken! Mal 3000! Ich frage mich echt, ob andere Leute auch sollen strugglen. Okay! Gut! Hallo! Kurz mal hier schauen. Die Preise werden immer schlechter. Ich weiss nicht, was ich falsch mache. Ich weiss nicht, was ich falsch mache. Wir haben einfach Minus gemacht. Gut, ich würde sagen, das war's für heute. Ich wrap das Ganze hier mit ab. Ähm, ich muss da mal ein bisschen schauen, ob das bei anderen Leuten auch so ist. Struggle ist. Das Spiel ist unglaublich schwierig. Aber gut. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Crambles Roque City. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Haut rein! Tschüss! mach es dich dr Tig, Moment oder? Ja, aus. die Jungs! evolved e WHO Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020